Ann-Kathrin Bendixen schied bei Let's Dance strahlend kurz vor dem Finale aus. Noch in der Nacht meldete sie sich, um über das Finale zu sprechen. Auf Instagram bedankte sich Bendixen nach ihrem Ausscheiden bei ihren Fans für die unvergessliche Zeit, die sie bei Let's Dance hatte. Der vierte Platz, das ist doch unfassbar, und am Ende haben es auch die Richtigen ins Finale geschafft und ich drücke allen die Daumen, so die Influ. Während des Impro-Dances, der für sie sehr gut lief, habe sie sogar kurz die Hoffnung gehabt, ins Finale einziehen zu dürfen. Ich hätte mir das Training die ganze Zeit sparen können, es wäre am Ende dasselbe oder etwas noch Besseres rausgekommen, Merkte Bendixen außer dem Scherz, es war ein schöner Abgang, zog sie ein Fazit. Let's Dance, habe sie geprägt und als Menschen weiterentwickelt. Ich habe noch einmal eine ganz andere Seite an mir kennengelernt. Betonte sie, auch die mediale Welt sei für sie total neu und spannend gewesen. Jetzt freue ich mich wieder auf meine Reisen, den Dreck, meine Motorradkombi, flache Schuhe, ich aber immer mit einem Lächeln auf diese Zeit zu. Valentin Lusin sei mit ihr ein paar Mal durch die Hölle gegangen, habe alle ihre Tiefs, die Momente, in denen sie nicht mehr konnte, mit ihr durchlebt. Er ist ein Mensch mit einem unglaublich tollen Herzen. Gemeinsam haben wir so viel erleben dürfen. Ich bin stolz auf die Entwicklung, die durch ihn möglich wurde, so Bendixen ab.